Ich bin ja in Syrien total zurückhaltend. Ich mache ja quasi nichts. Ich suche weder ein Gespräch mit ihr auf, ich fasse sie weder an, ich mache gar nichts. Und dann höre ich mir von anderen, hey, ich soll mit ihr doch langsam machen. Sie fühlt sich total verunsichert, sie ist total durcheinander. Habe ich gedacht, hey, gib was. Wo ist das Problem? Ich habe kein Problem. Ja doch, wieso sagt sie mir, hey, ich soll langsam machen? Mit was denn? Ja, der geht halt schon heftig in die Intensive, sodass es halt auch scheiße rüberkommt. Für mich kam das an, als würde ich mich ein bisschen blöd angemacht. Nein, du hast auf jeden Fall falsch aufgenommen. Okay, okay, dann habe ich es falsch aufgefasst. Ich suche weder deine Nähe, ich suche gar nichts. Ich lasse dich komplett in Ruhe. Ja, ja. Warum? Weil du mich respektierst, weil ich einen Freund habe. Ganz genau. Jede einzelne Geste, ich komme dir nicht zu nahe, weil ich deine Einstellung respektiere, dass du nicht willst, dass dein Freund schlecht denkt. Ja. Ich könnte, ich bin eigentlich ein Verführer. Ich könnte eigentlich ganz anders vorgehen, weil ich so ein Piranha bin. Aber weil ich dich respektiere, lasse ich dich doch komplett in Ruhe. Ich bin ein Gentleman, wenn ich möchte. Und das kann ich auch. Und ich sehe die Signale und ich werde auf jeden Fall ihre Private Zone da nicht betreten, wenn sie das nicht möchte. Aber ein bisschen Unterhaltung, ein bisschen locker bleiben, wenn ich mich mit ihr unterhalten möchte, das muss jede Frau drauf haben, sodass man sich einfach unverbindlich unterhalten kann, ohne Hintergedanken. Ich möchte mit dir reden, wenn du locker bist und nicht so die ganze Zeit im Hintergedanken hast, hey, wie kommt das im Bild rüber? Wie sieht das mein Freund? Nein. Ich will mit dir reden, wenn du einfach locker und du selbst bist. Okay? Es ist doch vollkommen okay, wenn du mit mir, ich habe, wie gesagt, wenn was sein sollte, kannst du ja was sagen. Ja, Missverständnisse über Missverständnisse. Missverständnisse. Ja, aber es ist doch jetzt vollkommen okay. Ich denke, wir müssen darüber auch jetzt gar nicht mehr sprengen oder sonst irgendwie. Ja, alles cool. Alles gut. Alles gut.